Ah, eigentlich schon ziemlich dekadent, die Videos virale Hits zu nennen, aber ihr habt den Titel ja gelesen. Also würde ich sagen, let's go mit best of virale Hits! Arbeitest du bei Starbucks? Wenn ja. Was ist euer Kackproblem mit Namen? Warum brauchst du Namen, wenn ich einen Kaffee will? Vor allem bin ich halt so ein sozial inkompetenter Eumel. Ich stelle mich an. Willkommen bei Starbucks den Namen. Ähm, Emily? Was? Nein, ähm, äh, Emily mit E? Nee, egal. Ja, mach einfach. Alles klar. Was auch immer. Elemi. Hier, ein Kaffee für Elemi. Elemi? Ich glaube, ich nenne mein Kind Binasa. Binasa, kein Sand essen! Lehrer beim Flur, be like. Nee, nicht rennen, Sebastian! Ich war im Requisiten-Leiter von meiner Arbeit. Wieso? Sehen Lehrer immer so aus. Was ist das für ein Kleid? Diese Haare? Im Schulflur wird nicht gerannt. Das hat sich dann auch immer so lustig an, wenn die laufen. Du, Sebastian! Gert! Ich sehe ein, zwei aus wie meine alte Ethiklehrerin. Die stehen dann so vor Spiegel und sind so, mhm. Welches Fach würde ich unterrichten? Du, Felix? Was machst denn du außerhalb des Schulgeländes? Bist du schon in der 10? Und wenn ihr mehr Schulgeschichten sehen wollt, dann klickt doch einfach auf das Profil. Ich weiß jetzt selber auch nicht, wo man das am besten hier einstellen kann. Ihr werdet das schon finden. Ihr seid ja hipper als ich, ne? Ich hab grad was für TikTok aufgenommen und dann hat da Postbote geklingelt. Schaut mal, wie ich aussah! Oh mein Gott, ich sehe so aus und jetzt hat es geklingelt. Oh mein Gott, ich muss das Paket jetzt so annehmen. Hallo? Post? Oh mein Gott, ist das unangenehm. Oh mein Gott, ich kann mich nicht. Hi! Hi! Ach so. Yes! Brauchst du noch einen Unterschritt? Nein, dann würde ich. Passt. Okay. Ja, ich bin nicht. Oh mein Gott. Ja? Ja, klar. Dankeschön. Ich muss das. Okay. Gerne. Ich kann mein Leben überdenken. Ah, das war ziemlich unangenehm. Unangenehmer wird der Part jetzt. Kannst du einfach kurz abonnieren, dann geht's auch gleich weiter. Danke. Eyo, Max. Bah, hier drin stinkt's. Dann geh halt raus. Die Mädels sind voll langweilig. Meine Lieblingsfarbe ist Pink, weil Pink von allen Farben die schönste ist. Was machst du? Ich schau was. Ich schau mit. Max. Chili, du weißt ganz genau, du darfst nicht ins Jungszimmer. Chili ist doch ein halber Junge. Wenn ich ein Junge bin, dann bist du ein Mädchen. Wär ich denn ein hübsches Mädchen? Max, sei nicht albern. Chili, mitkommen. Oh. Also nicht? Ihr solltet eure Haustiere heute mitbringen. Also bitte sagt mir die Namen und dann kann ich das hier eintragen. Chili. Ich hab Morpheus, meinen Kater dabei. Zuchtkatze. Max. Ich hab meinen Goldfisch, Jerry, dabei. Hatte. Was? Morpheus. Was? Jerry. Jerry. Romanose, Chili's scheiß Katze hat meinen Goldfisch gegessen. Max, das kann man auch anders formulieren. Jerry. Chili, gib ihm bitte seinen Goldfisch zurück. Pass auf deinen Kackfisch auf. Hier. Jerry. Morpheus, Verweis. Sie können meinem Kater keinen Verweis geben. Ich kann. Und ich werde. Das ist okay, Morpheus, ich mag sie auch nicht. Luis, auf dich pass ich auf, Mini-Luis. Morpheus, was machst du? Aber weh, deine Katze fasst Mini-Luis an. Willkommen zu Part 2 meines Vlogs. Da ist mein Skateboard, das ich nehmen wollte. War ein bisschen cringe, weil ich dachte, sie will mein Skateboard abziehen. Das musste ich dann natürlich auch entfusseln. Die ganzen anderen Creator waren auch dabei. Und wir sind dann zu einem Helikopter geskated. Wie crazy ist das bitte? Ich musste mich mega zusammenreißen, keine Knöpfe zu rücken. Und habe deswegen gesagt, top, top, bonjour, bonjour. Wir sind nämlich in Frankreich, Litzkowski. Ich wollte dann mehr Creator, also habe ich mir noch ein Heli bestellt mit mehr Creatoren. Wie krass ist das? Zum Beispiel Phil oder so und so. Pool. Max am Pool nicht rennen. Das geht anders. Nicht rennen. Ah, übertreib. Nächstes Mal kriegt der Gelb. Warte, wie heißt du? Karn. 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 Korn. Karn. Kain. Karn. 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 Ich weiß nicht, warum sowas immer mir passiert. Warum immer ich? Why? Beim Hinflug habe ich ja mein Skateboard verpackt, damit es ja nicht kaputt geht, wenn ich in Nizza ankomme. Das lief alles super. Ich habe mein Skateboard genommen. Top. Unser Flieger hatte so kranke Verspätung, dass ich für den Anschlussflug 40 Gates rennen musste in sechs Minuten. Wisst ihr, wer nicht Flash war? Mein Gepäck. Ich komme in München an, warte auf mein Gepäck. Ich kriege den hier. Ich bin am Sonntag zurückgeflogen. Wir haben heute Donnerstag. Ich habe jetzt mein Gepäck bekommen ohne Skateboard. Mann. Darauf erst mal ein ordentliches Schisch. Ja, was mache ich jetzt? Ich wollte heute Skaten gehen. Ich schwöre, Lufthansa, ich kämpfe für euren Flugzeugen, wenn ich mein Skateboard nicht zurückkriege. Diese Muskeln kämpfen jetzt für ein Skateboard. Ich hatte 14 Jahre lang dasselbe Skateboard. Habe mir jetzt ein neues geholt. Lufthansa so. Geringverdiener. Mann. Ich schwöre, viele lachen jetzt bestimmt, aber es ist einfach nicht lustig. Ich will mein Skateboard. Hä? Das waren schon fünf Minuten. Naja, wenn du mehr sehen willst und immer früh dran sein willst, dann schau auf Instagram, TikTok oder abonnier den Kanal.